Es geschah völlig unerwartet. Eine Explosion einer Gasleitung hat am Dienstagabend Philadelphia erschüttert. Ein Arbeiter des örtlichen Versorgungsunternehmens starb. Vier seiner Kollegen und ein Feuerwehrmann mussten ins Krankenhaus. Anwohner hatten zuvor wegen Gasgeruchs-Alarm geschlagen. Die Einsatzkräfte waren gerade dabei, die leckgeschlagene Hauptgasleitung zu flicken, als es zur Explosion kam. Untertitelung des ZDF für funk, 2017